In einer Zeit, in der Punks noch schockieren konnten. Sie hatte einen grün gefärbten Irokesen und trug einen Minirock mit einer durchlöcherten Strumpfhose. In der das deutsche Farbfernsehen noch mit drei Sendern zufrieden war. Wäre heute nicht Silvester, wäre ich nochmal in Flashdance gegangen. Nahen ein eitler Wissenschaftler. Gleich werden sie erleben, wie unsere Forschungen die moderne Kriegsführung in der Zukunft revolutionieren werden. Eine verhängnisvolle... Was ist das für eine Reaktion? Herausforderung an. Er ist gerade aus dem Tod erweckt worden. Er muss sich erst... Scheiße! Fünf Teenager. Hey, ihr wolltet mit. Ich zeige euch gern die andere Richtung. Psst, die Klappe. Welten zur Neujahrsnacht. Mach die Lampe an, Chrissy. Ein Abenteuer. Jeffrey, dir gesagt, wo die Medikamente aufbewahrt werden. An einem verlassenen Ort. Im Erdgeschoss irgendwo. Mit vielen dunklen Räumen. Was machst du da, Chrissy? Ich überprüfe nur den Sitz deiner Kleidung. Und unerwartetem... Die Laken fangen an, sich zu bewegen. ...versuch. Wie schrecklich. Sie starren uns alle an. Zombies in der Silvesternacht. Silvester 2012 auf www.hörspielprojekt.de Puh, seht euch dieses Baby an. Oh, die sieht ja auch als Leiche noch scharf aus.